Irgendwo ging es doch zum Ofen. Hier war jetzt nicht der Weg zum Ofen. Dann vielleicht, da doch auch nicht. Dann vielleicht hier entlang. Da hinten müsste das sein, aber hier geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Oh, draußen gewittert das wohl. Also ingame gewittert das wohl da draußen jetzt. Und hier ist ja gar nichts mehr. Hier ist ja schon wieder gar nichts mehr. So ein toter Höhlenzweig, ohne dass da was drin gewesen wäre. Irgendwie finde ich doof. Verschwendeter Platz. So jetzt gucken wir mal im Eimer unten bei der Lava. Gehen da mal 250 Schritte von weg. Genau in diese Richtung hier. Das ist wichtig, wenn man still steht und nicht sieht, ob von hinten gerade irgendwie jemand meint, einen den Gefallen tun zu müssen da. Dass man da jetzt so quasi da hineingeschossen werden will oder sowas. Das ist manchmal denken ja Kreaturen sowas. Man möchte gerne in die Richtung mal ein bisschen geschossen werden. Und dann machen die das. Das ist nett gemeint. Aber meistens liegen sie völlig falsch und völlig daneben, auch wenn sie treffen. Meistens liegen sie dann trotzdem völlig daneben. Nimm doch die Spitzhacke, lieber Herr Sommer. Nimm doch die Spitzhacke. Das geht doch besser. So, da ist auch noch mal wieder ein bisschen Eisen hier in aller Ruhe. Können wir das hier schön gemütlich mal abbauen. Wegmampfen aus dem Felsen so raus hinaus. Gemampft bekommen. Mampf, Mampf, Mampf und schnell eine Fackel setzen bevor die Lava da verschwindet. Jawohl. Das war ja Just in Time. Da unten ist noch mehr Lava. Und hier ist Gravel. Und da wollen wir uns mal eben kurz ein bisschen in die Richtung durchwurschteln. Aber nur weil wir noch ein paar Feuersteine haben wollen. Sonst hat das hier keinen Sinn und Nerve hat mehr. Ich mach da mal eine Fackel, dann könnt ihr auch was sehen. Und nehme jetzt auch eine Schaufel statt der Spitzhacke. Damit das nicht so auf den Verbrauch geht. Das verbraucht uns irgendwie 50 Liter Fackeln pro Stunde. Wenn ich hier mit Spitzhacke pro Stunde. Darf man überhaupt so schnell kloppen? Also mehr Gravel muss ich jetzt glaube ich nicht abbauen. Da sind wir jetzt eigentlich auch zufrieden hier mit dem Gravel Abbau. Da kann man auch immer den einen oder anderen Weg mit Dicht bekommen. Mit Gravel. Das geht immer sehr schön. Man kann aber auch einfach Kabel setzen. So in der Zeit wo ich jetzt warte. Ich geh nochmal kurz trinken. Und dann kann ich schon mal die Fackel in die Hand nehmen. Und den einen oder anderen Weg beleuchten. Oha. Ich fühle mich hier jetzt gerade nicht so ganz wohl. Oh, da unten ist zwar Gold, aber auch ein Loch. Ist jetzt nur scheiße, wenn jetzt ein Creeper kommt und Peng macht. Dann ist es wohl um mich geschehen vermute ich mal. So hier ist jetzt kein Gold, aber hier ist noch ein bisschen Kohle. Ein Kohleflötz. Kohleflötz. Flötzige Kohle. Und ich höre Phombis. Ganz bestimmt höre ich einen Zombie. Bestimmt höre ich einen Zombie. Ein Zombie ist das ganz bestimmt. Weil sie ja auch so selten Karotten. Wenn sie mehr Karotten geben würden, dann wären sie ja gar nicht so unbeliebt bei mir. Aber unter diesen Voraussetzungen. Da muss man auch mal sagen hier. Das ist scheiße. Ich da unten hin. Ich meine da war ja schließlich auch Gold. Man kann ja mal. Man muss ja nicht immer Nein sagen. Man kann ja auch mal Ja sagen. Ich mache euch hier auch wieder eine Fackelchen. Wartet mal eben kurz. Da zack Fackel. Haha. Habe ich mitgedacht. Irgendwo da war doch schon das Gold gewesen. Gib mir das. Gib mir das bitte. Zack. Wenn dann will ich das ja auch haben. Wenn ich das schon abbauen. So ist da sonst noch irgendwas wert. Ach die Lava ist schon weg. Hahaha. Dann bräuchte auch nicht mehr runter. Wie tief bin ich denn jetzt? Zwei. Und da kommen wir ja auch so langsam in die Gegend von anderen wertvollen Rohstoffen. Wie zum Beispiel Löchern aus Luft. Wo man jetzt so einfach so. Die Spitzhacke ist gleich schon wieder. Ich mache nochmal eben eine Fackel für euch an. Hier. Jetzt habe ich auch keine mehr. Und jetzt ist ja auch nichts interessantes mehr zu finden. An rohstoffmäßigen Dings da. Ein paar Sachen. Hätte ja auch sein können, dass sich der eine oder andere Diamant dort noch schlummernd versteckt. Da hat der aber nicht. Äh. Jetzt. Wo wollte ich denn? Äh. Da wollte ich nicht lang. Habe ich mir da jetzt meinen Weg verbaut? Dann baue ich mir neun. Ist ja nicht so, dass ich das nicht kann. Kann das ja. Ich weiß ja schon wohl wie es geht. Das weiß ich wohl. Was mir fehlt ist allein die Info. Wo geht es raus? Also Richtung Dings da wollte ich jetzt. Richtung. Ähm. Richtung. Da. Hier das Eisen mal eben holen. Aus dem Ofen. Den Ofen vielleicht auch einfach mal mitnehmen. Und mal eben kurz eine Inventur machen. Kohle. Könnten wir noch ein bisschen holen. Eisen könnten wir theoretisch auch noch ein bisschen holen. Und den Ofen. Ne. Den nehmen wir nicht mit. Der braucht nur Platz. Geht es noch weiter tief da rein? Oder nicht? Ich überlege das mal bei einem Stückchen aus meinem Glas. Glas. Ja da war ja noch so eine Abzweigerei. Hier nach rechts. Da dann. Da unten war man. Dann nehmen wir jetzt hier mal diesen Abzweig, nachdem wir uns mit erneuten 64 Fackeln ausgerüstet haben und das Skelett dort eben beseitigen. Zack, eins, zwei und drei. Und natürlich auch die Erfahrungspunkte, weil wir müssen ja auch die Rüstung demnächst mal verzaubern, lohnt sich das noch? Ja, aber vielleicht auch nicht, weil noch sind wir hier nicht wieder zu Hause. Noch sind wir hier in der Gefahr der Höhle. Die Gefahrhöhle. Und da sind wir noch nicht wieder raus. Es geht hier noch weiter und hinter jeder Ecke lauert quasi der sichere Tod, wie hier zum Beispiel da. Der hat sich noch ein bisschen besser versteckt hier in diesem... Ne, da ist doch kein Tod. Noch nicht. Gut, okay. Ich habe mir Mühe gegeben. Es hat nicht sollen sein. Und meine Spitzhacke ist ja auch schon fast wieder im Arsch. Ist sie da? Ja. Es fühlt sich auch schon ein bisschen unangenehm an, so wie die da so drin ist. Ich setze mal eben hier nochmal so ein Ding dahin. Und dann mache ich nochmal, oh ne, eins, zwei, drei, so mache ich nochmal eben den machen wir da hin. Und entsorgen können wir auch mal so eine Entsorgungseinrichtung können wir hier mal eben machen. Da ist natürlich ausgerechnet Erde. Jetzt ist auch noch ausgerechnet die Spitzhacke im Arsch. Na gut, da ist ja auch noch Eisen. Das holen wir uns ja auch. Das lassen wir uns ja nicht sagen hier nachher. Da hätten wir Eisen nicht zu schätzen gewusst. Das ist... Das können wir uns so nicht... Also deswegen... Da, 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 da lasse ich nichts auf... Das... Aber das ist okay. Ich schmeiße mal eben die Erde weg. Ich schmeiße mal eben das Zombinenfleisch weg. Ich schmeiße mal eben auch ein bisschen Gravel weg. Und ich schmeiße mal eben ein bisschen noch mehr Kabel weg. Und das soll es auch erstmal... Ich nehme das alles wieder. Oder wie sieht das aus? Ach nee, das war eine Fledermaus. So... Wo haben wir denn... Da hatten wir auch schon... Da vorne rechts jetzt... Da hatten wir auch schon alles, oder? Hatten wir da wirklich alles? Nein, da ist doch noch Eisen. Aber habe ich das denn nicht mitgenommen, weil es hier so dunkel war oder so? Da kommt noch ein Krügelknabe. Ein Butcher. Auch ohne Karotte lässt er sich hier einfach so blicken. Die doofe Sau. Aber eigentlich würde ich fast sagen... Den Rest der Höhle können wir uns eigentlich auch aufsparen, oder? Dann werde ich hier nochmal ein bisschen mehr Weg legen. Dass ich hier ungefähr gleich nachher, wenn ich das nächste Mal hier dann noch auftauchen sollte. Dass ich ungefähr weiß, wo ich noch nicht war... Da in diese Richtung gehe. Oder in... Oder wahlweise auch hier in diese. Und das lassen wir dann jetzt einfach mal. In diese beiden Richtungen geht es eventuell weiter. Und es ist ja fast schon wieder Tag. Ich werde also mal eben... Noch ein Stücklein trinken. Nehme dann mein Zwert. Und schau mal... Was es an der regnenden Oberfläche macht. Und schau mal... Wieso regnet das denn da? Kommt ein Zombie. Hallo, Herr Zombie. Oh, ho, ho. Oh, Regen ist immer doof auch. Regen ist ja auch immer sehr doof. Aber ich sehe hier kaum... Vielleicht sollte ich den Regen mal aus... Also dünner machen. Oder ich gehe in die Wüste. Da regnet es nicht noch. Drei, zwei, eins, null. Ich bin die Wetterfeuersage. Ich kann genau sagen, wann es regnet und wann nicht. Wieso ist denn der Enderman schon wieder so angepisst? Die dumme Sau. Und was, 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 was? Hallo? Wieso kommen denn alle auf mich zu? Auf mal. Hey, hey, hey. Alles gut. Ach, die scheiß Spinne. Die sind ja so schnell. Genau. Okay. Ja, los. Darfst du ruhig explodieren. Okay, das machen wir anders. Oh, der Enderman ist verstorben. Hat der eine Enderperle vielleicht für mich da gelassen? Und warum habe ich so viel Hunger? Ja. So, hier ist schon besser. Dann machen wir nämlich erstmal den Creeper. Holen uns das Schwarzpulver und kümmern uns jetzt nacheinander um die geizigen Zombies, die nicht mal, nicht einmal es für nötig halten, mir eine Karotte zu geben. Tja, dann kann ich das auch nicht ändern, damit der geht doof halt. Aber die Erfahrungspunkte, die will ich wohl mitnehmen. Jetzt renne ich zu meinem noch lebenden Pferdchen. Stelle fest, es regnet immer noch. Das ist nicht gut für den Heimweg. Das ist nicht gut für den Heimweg. So, und jetzt reite ich einfach dem Sonnenaufgang entgegen, glaube ich. In diese Richtung muss es gehen, soweit ich weiß. So ein Ausflug mit dem Pferd. Ach, der ist schon was Feines. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich weiß jetzt nicht, glaube ich müssen die da lang da so, hier, da, hallo Tintenfisch, hallo Frau Huhn du bist ja kein Hahn, haben wir ja schon festgestellt gräst gar nicht, kannst gar kein Hahn sagen so, wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann sind wahrscheinlich auch zwei Folgen schon wieder aufgenommen, zwei Folgen, zwei weitere Folgen im Kasten, so, absteigen bitte zumachen, auch zumachen, danke Pferd für die nette Begleitung und dann ab nach oben ins Haus wieder gucken, was die Karottis machen die Karottis sind natürlich nicht gewachsen, weil ich war ja gar nicht in der Nähe, diese Chunks wurden nicht mehr aktualisiert, hier herein, da herein Eisenschmelzen, zack, zack Eisenschmelzen und vielleicht auch noch erst mal das da, so, zack, hier dann die Kohle in den dafür vorgesehenen Verwahrungsort da, das ist das Mob Drop, Mob Drop, Mob Drop, Mob Drop Schatzkiste Werkzeugkiste, ja da packen wir mal die zwei Seile rein und da unten vielleicht das Eisen und das da und hier vielleicht noch den Gravel und da natürlich mit Sicherheit die Kabel und dann ist jetzt hier die zwei Gold oder was das war, sind schon fertig, können dann eben noch 11 Dings da bestimmt rein, das ist auch gut, Gold, haben wir eigentlich schon mal Gold, 26, 28 haben wir jetzt, Effizienz, Blast Protection, das wäre natürlich gut für eine, aber dafür brauche ich glaube ich ein Looting, weiß ich nicht was das ist, dafür braucht man glaube ich ein Amboss oder so, ich glaube dann kann man, oder kann man das irgendwie an der Werkbank, an der Werkbank geht das doch nicht, oder? Kann ich jetzt mich nackig machen, die Rüstung nehmen, hier, zack Kann ich denn da das, das geht doch bestimmt nur am, ich hätte vielleicht vorher Das geht doch bestimmt noch am Amboss, oder? Blast Protection ist ja schon mal ganz gut Dafür brauche ich bestimmt einen Amboss Wie geht Amboss? Das geht nicht, ne? Nein, 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 nein Am Zaubertisch dürfte das auch nicht gehen Dann werde ich mir mal fest, 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 festens vornehmen für die nächste Folge vielleicht mal zu gucken, wie man ein Amboss baut und gleichzeitig werde ich auch noch feststellen müssen, dass ich keinen Raum für eine Schmiede habe Überhaupt ist das, ist die Behausung immer noch sehr karg und wirkt immer noch sehr lieblos in die Gegend geklatscht, einfach so dahingesetzt, ohne auch nur drüber nachzudenken, wobei das ja Alle 100 Folgen wird es ja immer ein bisschen besser, das Haus So, an dieser Stelle dann, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis demnächst, schaut wieder rein, liked und abonniert und was auch immer ihr machen könnt, um mein Ruhm und Ansehen zu fördern Bis denn, tschüss!